hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf die jagd nach den dickes und heute ist das spiel star trek timelines dann werden wir das mal runterladen und dann will ich mal bis gleich sind wieder im spiel heruntergeladen es kommt bestimmt noch ein update oder sowas keine ahnung und dann denke ich mal wird es losgehen ich habe das ja schon mal kurz gespielt das spiel und ich hoffe dass er das wieder findet dass sie nicht ganz von neu anfangen muss hoffe ich mal einfach spielen captain 4 er hat es gefunden mal cool er hat es wirklich gefunden nice nice jetzt scannen Misswerbung machen wir jetzt nicht so Okay. Okay. 21 ist nur der. 21. 21. 21. 21. Für Captain haben wir nicht. 21. 21. 21. 21. 23. 24. 32. 27. 31. 32. 32. 32. 21. 32. 31. 21, 32 und 21 mit der Pistole, so, das waren meine vier Aufgaben war ja easy eins von drei Missionen also das sind wir, das ist unser Gegner und wir sind fast überwesert, jetzt besser ausweichen genau so ich ja ich sch Puh, das war aber wirklich knapp. Oh, so I missed Das war mein Sohn und auch. Oh, so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt muss ich auch mal was machen. Mein Crew. Oh, ich bin ja fertig. Oh, ich bin ja fertig. 163, ich brauche... Ja, machen wir. Nee, muss Treibstoff von 100% gefüllt sein. Hmm... Hmm... Abholen und abholen und abholen und abholen... Okay. Okay. Hmm... 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 Nachrichten... Ja, wir bestätigen einfach alles hier. Meine Crew... Meine Crew... Hmm... 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 Ah, das ist ja eine Graue da... Nee... Rot... Hmm... 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 Okay... Okay... Jetzt aufstocken... Und das ist alles gesperrt. Und das ist ja... Und das ist ja... Hmm... 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 ob das so sinnvoll ist was ich gerade hier mache ich weiß es nicht aber ich werde es auch gar nicht schaffen auf 100% das ist aber gut das ist kann man das nicht noch anders machen so ich verstehe das nicht egal ich werde es gleich noch ein bisschen ausprobieren aber ich würde sagen das war es für heute hier ich probiere gleich noch ein bisschen weiter aus vielleicht finde ich ja heraus wie es ging ich will mir jetzt mal ein ticket und dann sage ich richtig dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr nicht dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen ciao 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 ciao